Skyrocket 3112 hier. Es ist der Ostermontag, der letzte Teil meines Osterspezials mit den Clowns Sortimenten. Heute haben wir das Clowns Nummer 4 aus den 90er Jahren wieder mit dem alten Komet Warenzeichen. Und ja, machen wir das ganze mal wieder auf. So, die Sachen aus dem Clowns Nummer 4 habe ich jetzt mal rausgeholt. Einmal hier tolle Flotte Bienen. Auch die mit dem alten Komet Warenzeichen. Auch diese Verpackung ist mir persönlich gar nicht mehr bekannt. Und die alten Komet Kobalt Snapper. Das sind dann wahrscheinlich Knallerbsen. Die brauchen wir gar nicht weiter testen. Aber die Flotten Bienen, ich schätze mal, das ist auch wieder mit Aufstiegseffekt. Gucken wir uns jetzt mal an. So, nochmal ein Nachtrag zu dem Clowns Nummer 4. Ich habe mir gedacht, die Flotten Bienen packen wir auch einmal aus und gucken uns die mal an. Die sehen so aus. Die sind extrem klein. Also wirklich extrem klein. Passt fast auf einen Finger so ein Feuervogel hier. Und ja, jetzt testen wir die mal. Flotte Bienen aus dem Clowns Nummer 4. Und noch eine Flotte Biene aus dem Clowns Nummer 4. Und noch eine dritte. . , . . . Entschuldigung